Da haben wir Bettina Enberger, die ist die Hoteldirektorin von Franz Ferdinand und die verrät uns jetzt einfach was die Gassi erwartet und warum man unbedingt ins Franz Ferdinand kommen soll. Hallo und guten Morgen. Wir befinden uns hier in der Empfangshalle, was natürlich sehr eindrucksvoll ist mit unserer 16 Meter hohen Kletterwand. Das ist natürlich eines unserer USBs, also Kinder entscheiden sich sogar im Sommer für unser Hotel eben genau wegen dieser Kletterwand. Die Kinder sind ja oft die Entscheider. Wir haben da unten noch eine Boulderwand für die kleineren Kinder und auch ein Spielerzimmer hinter uns. An sich das Hotel ist ganz individuell gestaltet. Man trifft, glaube ich, dieses Design nur ganz, ganz selten oder überhaupt nicht. Und was uns ganz besonders macht, ist natürlich dieses maßgeschneiderte für diesen Sportler, outdoor aktiven Menschen. Er darf bei uns bis zum Zimmer mit seinem Fahrrad fahren. Er geht mit seinen Skien über die Rampe bis zum Zimmer. Dort findet er einen schönen, großen Storage-Room für sein Equipment. Wir sprechen ja teilweise von Rädern, die 3000 Euro mehr kosten. Die werden bei uns direkt im Zimmer gelagert. Skischuhe in der Früh nehmen. Sie sind auch schon beheizt. Sie sind bereits fix fertig zum Anziehen. Man nimmt die Ski und geht direkt über die Straße rüber und sitzt in der Gondel direkt am Weg zur Piste. Das ist super. Ganz toll.